Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Runde Footballman Battle Royale mit Kapuz und Alex. Hallo und wir gehen heute Tilted Towers. Wir machen hier Stress and Action. Wir wollen das unbedingt versuchen, halt in der, das kann man, ist die größte Stadt, das ist, ja kann man so sagen, die größte Stadt aufzuräumen. Das ist ein gutes Auf-Name-Training oder ein Waffentraining eigentlich. Sind zwei auf jeden Fall close hier gewesen. Ist einer von uns unten im Haus? Ne. Ich baue mal ne Falle. Ich hab auch ne Falle. Du musst jetzt richtig gut snipen. Ne, ich geb's dir dir, ich will dir nicht. Was war das? Ich hab ne Falle gebaut. Hast du ne Waffe kaputt? Dir den gebumpt an, hier, rechts. Ja, ok. Scheiße, es tut mir leid, wenn ich sterben sollte. Das ist nicht gut. Ah, du ist ganz anders. Ja, ich weiß es nicht, ich höre so viele Steps. Ja, das können auch unsere sein, ne? Ja, genau. Das ist das Problem. Geh nach oben wieder. Ich komm nach oben. Also unten ist nix mehr. Hier bist du komplett durch? Ne, auf der Ebene weint nicht. Ich hab die Falle gesündet und bin auf keinen Falle reingegangen. Mir ist irgendwie aber auch nix. Ich hab einen Sniper Schuss. Holzpalette, auf jeden Fall. Äh, Alex brauchst du einen Sniper Schuss da, Alex hier. Jo, danke. So. Und die Pumpgun. Okay, da ist so ne grüne AR, das Haus würd ich gern nehmen, eigentlich. Äh, genau 240 war einer. Also hinter dem Haus hier. Ich hab nix zu bauen. Oh, fuck. Deswegen hab ich die Holzpalette genommen. Holzpalette is the shit. Na, K? Hier liegt noch ein 4 für irgendjemanden. Nehme ich mit, danke. Hier ist noch ne Kiste irgendwo. Da ist noch ne, also ja, okay. Ich hab nen, wie ist denn diese Dreck? Äh, ein Trauerhaier unten. Hast du jetzt nen Schlöf oder ein Minischild? Schlöf. Sollen wir den schon trinken oder nicht? Wo ist die gerade? Äh, in dem im Klo, hinten rechts. Hallo. Da, du magst die Schlöf haben? Ne, nimm ruhig. Ich hab schon nen Schild dran. Okay, Action, wo sind sie? Na ja, aufs Dach, oder? Am besten, oder? Ja, auf welches? Na gut. Irgendwo. Grüne Shotgun Forms. Da ist eine liegende und eine andere mit hier. Nehme ich mit, da auch mit. Ah, da ist ne, die... Das Haus, wenn wir hier hochgehen, ist eigentlich ganz gut zum Gucken. Da sind wir Steps, die nicht von uns sind. Da ist sie. Die sind umgegangen? Ja. Geh, du hast die Treppe hier weggemacht. Absicht? Na, der war ne Küste drunter. Achso, ja, ich wollte jetzt so, damit der hoch springen muss. So. Chill, trink hier oben. Ist hier denn noch? Okay, ich trinke, dann bin ich über 75. Ah, Alex, mach du, Alex, mach du. Trink, trink. Der Schuss war doch hier, oder? Ja, der war hier in dem Haus, wo wir gerade eben drin waren, lustigerweise. Na, warten wir mal kurz, ob irgendwas rauskommt. Mal was bauen, lieber, weil wir sind hier ziemlich offen. Ja, wir sind gar nicht so offen, also außer vom Berg. Haupteingang. Oh, man kann hier nicht rüberschießen. Scheiße. Geh runter. Sollen wir rüber fahren? Wir gehen hin. Ich renn mit zum Dallor mit. Dallor nicht drauf. Zwei Stück sind in dem Raum hinten. Ja, zwei hab ich auch gesehen. Hau mal links gegen die Wand, damit die auf die Wand gucken. So, als wenn du durch die Wand gehen wollen würdest. Mach oben. Ja, ich mach das oben. Warte. Trinkt das was? Da, Alex, komm mit mir rein. Komm mit mir rein. Er ist rausge... Einen hab ich. Oh, der hat voll das Bild. Da fehlt noch einer. Ich hab auf den zweiten gar nicht geschossen, weil ich dachte, das war Kapuze. Achso, ich hab auch... Okay. Passt. Ich hab die ganze Zeit gesagt, du schießt die ganze Zeit. Warum machst du das? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Der wollte ins Haus reinkriechen. Das heißt, er kann doch im Haus sein. Ein Machete-Typ ist noch in dem Haus. Also, der so aussieht wie Machete. Nee, nee, die sind gerade gestorben. Nee. Davon sah nur eine aus wie Machete. Ich hab einen gekillt davon. Genau. Und ich hab auch einen gekillt. Also, ein Machete-Typ lebt noch. Der war hier unten im Haus. Links in der Wand. Nee, ist aber nicht mehr drin. Ist er vielleicht ausgelockt? Nee, aber der hätte den Loop gedroppt. Und unsere beiden sind ja nicht direkt gestorben. Wir haben sie ja down geschossen. In der Toilette vielleicht? Nee. Nee, draußen auch nicht. Looten war sie eben. Nee, war auch keiner. Also, wir haben noch eine ganze Menge hier zum Mitnehmen. Es sind hier super viele Gebäude, die nicht glooten wurden. Ich glaub, die meisten trauen sich gar nicht Hilde Towers gehen, weil es zu groß ist. Das ist auch super riesig. Also, es ist wirklich groß. Ja, aber man, ich glaub, die Leute gehen hier nicht hin, weil die denken, oh, hier landen 50.000 Leute. Wieso so? Ja, ist eben nicht so. Hä? Schuss aus dem Osten. Sicher? Einer wurde gekillt. Sogar. Ich geh in die Kiste, aber ich geh erstmal nach Osten. Ich geh hier hoch, wo ich drin bin. Ah, ich seh ne ganze Gruppe, die auf dem Berg ist, auf dem Haus ist. Was? Ich kann nicht helfen. Die haben sich... Nee. Die stehen auf so ner blöden Plattform nur. Ah, ich seh's. Komm bitte. Ja, ja, auf dem letzten Haus in die Hay-Hochkante. Hier musst du es hoch. Also, bis am Arsch. Oh, das ist der Alex. Willst du noch die Kiste holen da? Hallo, oder scheiße. Ich will die Leute töten. Na, da oben. Die Aufgabe muss sind drei Stück, ne? Ja, ich weiß, ich weiß, was. Könnt ihr den Baum zerschießen? Ich versuch grad ne bessere Position zu kriegen. Ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Ich positionier mich neu. Ah, ja. Das sind Sni-Bout dabei. Ja. Pass auf. Der eine piekt gerade. Der rechts am Arsch. Zwei pieken gerade. Alex, hast du ne... Piekt die wir noch? Naja, die pieken beide. Hab ich ihn getroffen? 33 Schaden? Einer ist down. Einer noch down. Noch einer. Zwei Stück down? Ja. Diesmal die Treppe weg. Dann fliegen sie vielleicht runter. Einer ist wieder auf dem Dach drauf. Ah, die können sich genau ducken. Das ist natürlich scheiße. Ah, die haben ein Loch gebaut. Die sind wieder eine Etage drunter. Tiefer jetzt. Ähm. Ich bin relativ nah dran. Einer ist tot? Alle tot. Loll. Waren alle. Okay. Ich hab schon wieder nichts zum bauen. Wo hast du den letzten denn erschossen? Oben drauf. Dann sind die aber alle oben. Dann sind die oben geblieben. Ja, sind alle tot oben. Es ist gar keiner runtergekommen. Gibt's ein bisschen Munition wenigstens da oben? Ja, ne? Ja, ich kann... Na, AR Muni hatten sie nicht mehr viel. Die haben wohl viel geballert. Ne, die Sniper. Sechs Sniper Schuss insgesamt. Ne, 15. So wenig nur noch? Ja. Ne, auch nichts mehr. Also sechs hatte ich und ich hab neun aufgehoben. Ich hab sechs. Ich hab sechs. Ich hab hier. Alex, hier liegt Muni. Ja. Ich brauche noch ein bisschen was ab. Äh. Alex, großer Schild Rang. Können nicht reinhüllen. Ich hab noch einen kleinen. Ja, ja. Ne, kannst ja nicht nehmen. Irgendeiner kann stacken noch. Ich kann stacken. Ich hab sechs. Ja. Wie viel AR Muni habt ihr? Äh. 56. Äh. Kapuze. Nehmen wir hier nochmal AR Muni. Airdrop am Ende der Stadt. Den könnten wir noch holen. Der ist für uns noch. Wenn wir wieder runter gehen. Der ist aufgegangen. Der ist direkt aufgegangen. Alles klar. Ich seh ihn auch. Ich hab ihn einmal getroffen. Hat ein Schild. Ist jetzt weg. Einer auf dem Berg. 255. Ne, zwei Leute. Trotzdem das Haus wieder wechseln. 255. Der Berg ist vor uns. Kapuze. Genau, genau, genau. Ich will wieder. Es sind drei Leute. Ein Sniper. Alex, du darfst jetzt nicht down gehen. Ich will das Haus wechseln. Da ist noch ne Kiste, glaub ich drin. Ja. Einer auf dem Berg oben. Mach doch lauf. Mach doch lauf. Äh. Wollen wir hier mal aufmachen? Ja, hier ist noch ne Tür. Theoretisch. Ja. In das Haus hier links will ich eigentlich rein. Kapuze. Ja. Von oben, oben, oben. Oder? Du willst drum rein? Einer links in der Stadt. Einer oben auf dem Berg. Und einer ist runter gesprungen. Ich bin mit Dalu. Ja, ja. Alex verfolgt uns, glaub ich. Das ist okay. Ja, ich versuch irgendwie. Einer kassiert die Heats. Das ist genau neben mir. Aber keiner von uns. Nee, nee, nee. Nee, der ist super close. Ja, das ist bei mir hier. Wie ist das? Hab ihn tot? Hab ihn down. Komm in unser Haus hoch. Das ist so gut. Hab den gedownt, der da Schüsse gekriegt hat. Hey. So, mir wird gebaut. Hab den zweiten Außerung. Wo seid ihr? Bei mir, bei mir, hier. Ich bin hier, bei mir, bei mir. Ich bin leider weit weg. Ich hab seine Dings wegschlossen. Er muss unten sein. Er muss runter gesprungen sein. Dalu, hier bei mir war es gerade. Der ist wo unten, denkst du noch? Außerhalb des Hauses? Nee, nee, nee. Darunter. Er ist immer noch... Komm mal mit. Alex, wo bist du? Ich bin jetzt bei euch drin. Okay, komm, wir gehen noch höher. Ich hab oben aufs Dach gebaut. Und da in einer parallel zu mir die Treppe über mir gebaut. Ah, schade. Das Ding ist, der ist nur eine Station runtergeflogen. Also der ist eine Station runtergeflogen. Hier, das was jetzt über mir gebaut ist, das wurde gerade erst gebaut. Die Treppe. Es kann auch sein, dass ich mich verklickt hab. Ich hab ihn gesehen. Also wie gesagt, er ist in der Kamer. Ich weiß, deiner ja. Aber ich mein, das was ich gemacht hab. Unter uns. Selbst unter uns. Oh, irgendwie baut mich hier ein. Ich seh ihn sogar, er ist genau neben mir. Oh, zwei Leute. Einer ist... Oh Gott. Das war vom Berg, oder? Wo ist der? Bei Alex, close. Wir müssen hoch. Einer hab ich gedowned. Einer ist gedowned. Komm. Ich bin nicht hoch. Ich weiß, ah, ich seh es. 30. Unten auf dem Platz. Ah, da, ich seh ihn, ja. Sind zwei Leute. Einer ist schon close ran. Ja, und der in der kleinen Hütte ist er? In der kleinen Hütte ist er? In der kleinen Hütte ist er? der ist down der einer und der ist auch von links irgendwie einer von den zwei ist down sagt ihr einer von den gedaunten von mir ist weggekrochen einer ist da genau der ist auf mich wird geschossen haben noch einen 30er hinbegeben und wieder auf mich wird geschossen von rechts berg drei leute vier leute ach du scheiße jetzt wirklich runter bis eine etage runter oder so ich sehe ihn erst eines hinterm bus achtung granaten alex auf welche gehen wir zuerst wir hoffen dass die sich ein bisschen gegenseitig abschließen wenn man einfach allgemein stresst ich meine ist abgefangen worden von irgendwas meine auch von seinem kopf bei uns ist eine tür aufgegangen ich baue hier gerade alles zu wo ich mal hier war nee das geht nicht bleib mal stehen ja stehen gehen kann sind meine richtung ganze kriegen aber kein meter weiter weg du bist nämlich genau okay das unter uns gestorben ich habe noch keine schilddrücke dann nimm das medikett hier kommt sonst medikett gegenüberliegendes haus ist jetzt auch was auch gott hier sind überall welche ok bleiben wir drinnen nicht bewegen ich habe unsere haus ein bisschen vergrößert ne also um einen dann hoffen wir dass jetzt keiner über uns ist nicht bewegen jetzt in unserem starthaus sozusagen auf unserem starthaus hat einer ein sniper abbekommen da ist das hier was offen ist direkt vor dir der war 23 meter hat ein sniper abbekommen was ein krasses final ich bin oben einer ist tot aber einer ist close irgendwie neben mir ja ich höre auch steps unter uns im haus dass ein gegner kapuze macht ihn bereit dass hier den boden weg geht ja ich sehe es unter uns wird gebaut auch siehst du es ja kommt jetzt hoch kommt jetzt hoch kommt jetzt hoch wo ne ne bei mir bei mir bei mir bei mir ich sehe ich sehe dass der unten was macht er wird bei mir bei mir wird gleich ex zu sein er ist jetzt genau unter mir genau unter mir steht er jetzt ich habe eine falle doch da kann ich irgendwas er baut jetzt den boden unter mir ab ich habe einen neuen boden gebaut einer ist abgehauen ok die falle da unten gehört die dem gegner ich bin mir nicht sicher ich weiß ich blickte gerade nicht mehr durch tatsächlich wer ich ehrlich bin mega geil was hier abgeht die bauen nebenraum glaube ich kaputt einer ist wieder down die falle weg ist er kommt noch mehr teams sind weil wir eine zogen ja die haben wir das steps richtig 245 kommt eine neue gruppe jetzt dazu ich habe noch zwölf schuss ich brauche lang einfach hinlegen wo du bist ok also die zone kommt ich bin hier immer noch drin auf meiner seite ich habe mega viele steps bei uns glaube ich jetzt ich glaube ich dass über uns das ist genau genau ich habe zugemacht vorher ich bin richtig nervös ist genau gegenüber von uns auf der straße unter uns ist jetzt oben gar oh gott sind jetzt oben neues team mischt sich ein von 210 einer ist genau unter uns schweißer habt ihr noch schildtränke kleiner ich habe noch einen großen ich habe noch einen großen boogiebomb die war close war nicht auf uns falle ich habe eine falle ich habe eine falle ich habe eine falle ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung mehr was abgehen oh fuck hat einer was zum heilen ne keine bandagen nix kam auch nix zu bauen ich weiß das ist irgendwo von 210 ja 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 so kann ich mich nicht mehr bewegen du hast mich grad in die band gebacken ok 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 ähm ok dann bleibe in deckung ich habe nichts anderes vor aber wir müssen trotzdem gleich nach unten ja ich habe auch nichts zum bauen mehr ist der in dem großen tower da drin nein der ist in dem holzding in diesem viereck aus holz zwar ein sw da ist ein viereck ein 4 giga kasten der große kasten ich sehe ihn oh gott die kommt nicht so hoch die kommt nicht so hoch alles gut trotzdem rein ich habe trotzdem angst und schon wieder eine falle gebaut oder die ist von uns ne ich habe von uns eine falle gebaut ja weil ich mir gedacht habe falls wir rauf ja ich sehe die sniper das war jetzt aber von woanders ne 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 das ist der holzkasten was Dallo vorher gesagt hat sick genau Alex ja 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 einer ist auch unter uns der geht auf den Glockenturm wir müssen nach unten 40 Sekunden wir müssen das Haus erstmal kämpfen ja lass runter lass runter einer kommt hoch ja einer kommt hier gerade hoch bei uns der ist bei euch oben wo der ist wirklich oben der ist wirklich oben da habe ich direkt gehen und hoffen dass er was zu meinen hat ok oben wird gebaut oder ist das einer von uns das war der Typ oben seht ihr das wo oben da links neben dir Alex da ja das war der Typ das war der Typ war er der ist gerade da kommt der zweite Typ dein mate kommt hoch ist da unten ok wir können runter wir können runter hier die Skar mit ja ich nehme die Skar mit ich werde jetzt einfach weg hier erstmal ist mir egal was ist denn hier was eine Folge ich habe nichts zum heilen ich habe auch nichts zum heilen richtig ärgerlich eigentlich ok ok jetzt nicht aufpassen 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 nicht aufpassen warum ne ne weil ich will jetzt das ist eigentlich eine ziemlich geile Folge gerade ich möchte unbedingt das gewinnen und ich möchte ich habe nichts zum bauern doch ich habe nichts zum bauern auf einmal ich habe noch eine Hauptsache weg hier aus dem Scheißladen absolut ja hier bleiben wir erstmal kurz ok das war anstrengend Leute ok ich sehe das nächste Haus 240 da steht auch einer oder ist ein Baumspitzer fuck das kann sein dass ich nicht in der Zone bin ah ganz oben 240 ganz oben aufm Berg ja drei Gegner noch ah ganz oben aufm Berg ja ach so ja ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe es versehen ob ich in der Zone bin ich weiß es nicht ja ok bist du oh shit so drei Gegner noch ja und die sind drin ne das ist das Problem ich sehe sogar eigentlich wir können rechts lang laufen ne ich gehe erstmal down ihr müsst mich aufheben ist aber alles gut ist alles gut äh Fallschaden wo bist du ich lege hinterm Zaun Kapuze Richtung oben hier kann auch nichts passieren einfach aufheben ich soll nicht aufheben ich dachte Alex ja du warst doch dran nein ich habe nicht mal irgendwas gedrückt ich verliere ja kein Schild durch Fallschaden achso hier kannst du nehmen achso du warst komplett Fallschaden du verlierst kein Schild du verlierst ja kein Schild deswegen war das alles nein ach ich komme ok wenn ich jetzt Pech haben ja super Raketen 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 oh shit da du ich hab ich hab bisschen Metall hier unten ist erstmal gar nicht so verkehrt verkehrt auf dich oh das war klar ich gehe weiter links close das sind auf jeden Fall zwei Leute einer ist am Tower rechts und einer ist äh einer ist am Tower down das war der untere der muss sterben der muss sterben der muss sterben ja ich hab versucht aber nein egal dann können wir laufen ok Problem ist die haben einen Raketenwerfer ne das wisst ihr jup und wir nicht wir müssen nicht im Raum gehen wir haben einen Raketenwerfer Kondalo komm schaff mal da ist noch ein Headrop auf mich wird geschossen aber vom vom wo sick ok da du ja einer ist doch da drunter der wollte sich grad hoch neben dir genau neben dir ich bin erstmal abgehauen ja er hat mich ok ok aber egal ich hab den Raketenwerfer Dude gekillt oh nein ich hab ihn ähm Alex ok ok Alex mach ruhig versuch's wir haben keinen Raketenwerfer gerade mehr außer der kommt ganz hoch wie äh zwei leben noch Alex genau das ist für uns oh krass die werden bestimmt einen Rocket Launcher ausgeben jetzt absichtlich gerade damit die nicht denken dass ich hier drin bin ach guck mal du musst nach unten du kannst da unten ja die neue zone da ist sogar noch ein Haus oder ne das ist weiter hinten gewesen das wird schwer da ist nix wirklich zum verstecken die wissen auf jeden Fall wo du bist du darfst das aber du darfst das aber hab den gesehen noch keinen jetzt Granaten Granaten kommen ja die prallen einen airdrop ab ja aber die kommt gut die nächste die die ich glaub nicht dass er das gewusst hat ich glaub er hat geraten ja ja ach das Metall baut noch klar weiß er wo du bist ja ja vielleicht wenn du dahinter bleibst ne dann bleibt einfach hinter wenn du das jetzt kaputt schießen und die sehen dich nicht ach schade du der war aber ok jetzt gehts rund du musst bauen jetzt musst du bauen geh zum Berg hin lass die lappen er war ja lass die lappen ich will einfach nur sagen weil er kann nicht weglaufen er hat keine Deckung der Berg ist eins die Deckung er kann bauen und in 15 Sekunden müssen die laufen wie gesagt die laufen in 8 Alexander schön weiter bauen die müssen gleich runter schade oh der war aber so gut warum trifft er nicht jetzt kommt die Zone der zweite fehlt ja ja sie brauchen uns die Plattform ist gut ja ja genau das reicht nicht am Damage aber der ist alter ist unten die sind unten Falschaden er ist unten schon er ist unten schon Alex genau ja das Spiel hat sich sofort beendet bei mir ja du bist doch Alex ist raus Kabuls und ich haben gewonnen Alex nicht ich hab keine Ahnung wie viel Kid ich habe äh du hattest 8 ok das Ende war halt geil die Zone war in dem Fall dann doch mal wieder für uns und wir waren nur in der Stadt ey ja das war richtig geil es war eine Tilted Towers Folge Leute ich hoffe es hat euch gefallen lasst einen Like da schon bei Alex und ich hab uns überall bis dann mach's mit tschah tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020